Guten Tag, wir kommen wieder zu deinem Video. Wir sind auf dem Heimweg. So, das wahrscheinlich läuft ja nicht. Ein bisschen leichter von mir, jetzt kann ich einfach nur noch extra Wasserzeichen draus. Jetzt noch ein Video, wo ich immer wirklich schön ein bisschen mehr schneide. Wo ist hier jetzt der Startfall gewesen? Ja, also ich hab immer noch keine Ahnung warum ich den nicht scannen kann. Ich guck mal, dass ich das nicht besser als Scanner finde. Das ist sicher, ich weiß nicht, ob ich es genau dafür brauche. Das haben wir alles. Okay. Ja, gut. Danke. Jetzt werde ich später aufziehen. Und jetzt muss ich euch die... Ich bitte... Alter! Ich bin nicht so fett. Jetzt kommt die Frage. Worum muss ich hin? Hier könnte ich das noch kurz nicht. Die Bezeichnung... Moment, nein, 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 nein. Ah ja. Ich stehe doch nicht hier. Sch Ich stehe doch nicht jetzt. Das ist schon alles gut. Da und da findet ihr das und das. Dann findet ihr das und das und das. Das war jetzt mal eine Probeanzahl. Das hat sich aber noch nichts. Vielleicht hier vorne. Und Sternbücher. Ein paar Puppets. Ich weiß nicht, wie wir im deutschen Weiß sind. Ich glaube auch Alper, es gibt Sterne. Vielleicht kann man nicht Sternbücher. Und? Jetzt kommt Löffel. Nein, das ist nicht Schicksal. Sternbücher. 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 Ah, See-Sterne. Sternbücher. 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 Well, cool. Ich bin, für jeden Fall nur ein Tier suchen. Und letztes Mal drei Tiere gefunden. gefunden doch was braucht man auch wieder nur ein tier das ist schön oh da hat ich noch ein bisschen mehr damit ich hiermit fertig bin aber wir sind soweit ich dabei äh da vorne ist auf einmal jetzt auf einmal tauchen kommt immer mehr dazu das ist gut ob das so zu sein äh nach der idee ähm die stimme ist gerade total am einmal ja das ist wahrscheinlich aber da irgendwie ist jetzt ganz viel ja wir haben einen großartigen Job gemacht ja ja das ist das was wir hier getan haben ja ok 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 Ich würde sagen, das war's danach heute im Video, wir haben heute ja jetzt nicht so viel gemacht, aber ich muss vorproduzieren, sorry. Ich will kein Mal im Sommer des Ganzen, es ist oft zu lang. Bis dann.